Na klar. War das mit Kanaltrailer? Ja, eine dritte Hand habe ich schon praktisch. Hm. Könnte ich mir jetzt... ...meinen Kanaltrailer zurechtschneiden? Ja, mach mal. Hey. Ah, nee. Nuck, nuck. Ja, ich will nämlich wieder einen neuen machen, irgendwie. Warum auch immer. Weil du dir meine Hand überpist haben. Ich hab keine Ahnung, er hat wieder eine Hand gemacht. Ja, mein Gott, ich dachte, du stehst auf Hände! Nein, Mann! Weil du noch nie berührt wurdest und du wolltest keine Hand von mir. Also dachte ich mir, nimmst du die Kuros an. Tausendmal... Tausendmal ist nichts passiert. Oh Gott. Und es hat Mammut gemacht. Oh Mann, ey. Achtung, Achtung, liebe Freunde. Die MS-Niveau ist am sinken. Bitte verlassen Sie das Schiff umgehend. Die Kapelle stellt oben auch das... Achtung, Achtung, Korrektur. Die MS-Niveau kann nicht mehr sinken. Wiederhole. Erdkern erreicht. Hä, 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 Hä. Hä, Hä, Hä... Außerhalb der... ...Diamanten! Außerhalb des Toleranzbereiches. Oh la, wo? Naja, jetzt machen wir mal ohne Flex. Ach Mammut! Sag mal, hast du eigentlich auch an dieser tollen Aktion, YouTuber gegen rechts teilgenommen? einfach einfach mitmachen mitläufer und so hashtag mitläufer sich ja da bin ich für links vor gegen zurück das ist so ein tier was nur in der nacht rauskommt die tiere die da maskiert in der nacht umherlaufen und rechte menschen fordern nicht fordern rechte für menschen fordern rechts ja wobei links kannst ja ist noch ist noch sag ich mal vertretbar in Anführungsstrichen vier diamanten jenny und sie jetzt Prozent Kostmann und nur so zu können das G und die Antietort der Dammt er da 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 Ja, ich mein, komm. Dass er keinen Spaß versteht, ey. Er versteht nie Spaß. Das ist voll die Spaßbremse. Aber dafür haben wir jetzt einen torchmeldfreien Tag. Der Doos wäre? Wollte ich gerade fragen. Jawohl, das ist ein Woll. Wir haben heute Dortmund frei. Lass das mal den Torchman machen. Der Torchman macht das schlecht. Du sprichst mir aus der Seele. Oh, Mann. Doch ein Torchman. So einfach wird man nicht los. Scheiße, ey, der ist ja schlimmer. Der ist ja schlimmer als... Wenigstens sind wir schon eine Stunde los, ne? Na, komm, Stoll ist cool. Nee, der hat schon grault. Ich weiß nicht, das ist schlimmer als Fußspielst, ne? Ja, echt. Kommst immer wieder. Ich komm immer ran. Ne, wirft man nicht weg, kommst du immer wieder zufrieden. Und wir werfen dich sehr oft weg. Der ist ja weit weg. Ich hab' dann das Glas gemacht. Muss. Gegen. Den. Strom. Schwimmen. Scheiß. Wasser. Lark ist Wasser. Ich darf was nicht. Du stellst so drauf in Minecraft. Ja. Minecraft ist Wasser und Lava. Ich möchte meine Gegner aufhalten. Bis auf Null. Soll ich dir ein Omelette vorbeischicken? Hashtag Omelette W, T, F Ultra F Ultra F Ultra F Ich glaube, du brauchst ein Rast Abstau, Bär, Bär Mammut, wir wollten doch jetzt mal langsam das Battle machen, was ist jetzt Luster? Ja, ich hab immer keine Zeit, aber warte mal, warte mal Mammut, wo ist das? Was haben wir nächste Woche für eine Kalenderwoche? Äh, 35. 34. weil jetzt nicht... Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm Das dauert, ne? Cool, warum müssen wir die 21. Geländewochen sein, wenn du nicht irre? Ich hab's jetzt gerade echt nicht auf dem Schirm Oh, was könnt ihr denn? Brot kann schimmeln, was kannst du? Und dann kam noch der Torchmanager zu Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen abzukehren Was ist das? Na, Bibi Na... Ich kann Plans vs. Zombie spielen Ich kann auch Plans vs. Zombie spielen Geht zurück Aber nicht, weil ich das da mit, sagst, 100% bekommen hab Sondern weil ich es schon vorher hatte, umsonst Nein, nicht illegal Ich hab's mir vorher schon gekauft gehabt Vorher schon gekauft gehabt, also Wollte ja, ich bin zu weit, aber ich muss jetzt mal meine Bucke und so hoch kriegen Vielen Dank dafür an meinen Sponsor Danke, danke, danke Danke Ich hab diesen scheiß Nitratus gehostet Oder bezahlt Keine Ahnung 45 Warum? Warum fühl ich die ganze Zeit nie aus? Keine Ahnung Bis ja so schlimm Anker Ich hab's ja 24 geschehen 24h 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 Hi Nur Wollte Hier voll der Arme Töt Wie du, es ist dunkel Ja Was machst du hier? Das ist schon wieder Das sieht aus, wie das andere fast nur irgendwie Au Meine Güte, ich kann nicht mal irgendwas sagen, was eine Frau gefällt hier Na und dann wundert ihr euch, warum ich kein Menschenkontakt habe Scheiss, Menschen sind alle gleich Raffgierig Töt sie Und man kann ihn nicht trauen Menschen sind heiße wie hieß es, wie ist es nochmal, wenn man Menschen hasst, da gab es doch irgendeinen Begriff für, mein Gott, ich kann mir gerade ein misant, misantrop, ne? Bist du misantrop? Kann sein. Halt dich durch, das für wahrscheinlich. Okay. Oh. Die Menschen. Nein, also gut, macht Menschen nicht mal so sehr, dass ich es essen würde. Apropos Essen. Ich habe gerade Essen bekommen. Essen auf Rädern. Was ist, wenn ich? Wenn ich, wenn ich, wenn ich, weil sie doch unsichtbar sind. Namut, das spießt doch WoW. Ja, aber, 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 natürlich, weil sie was, was wenn ich in WoW ist, aber was sie jetzt damit meint. Kann sein, dass, wie Mongo. Ist das Mongo ein Begriff, den ich kenne? Verstehst du? Ja, dass du Mongo bist, Mongole, das wusste ich schon lange. Nein, das bin ich. Nicht? Ich bin kein mongolisches Mammut. Nee, die sind halt aus die Schau. Ach so. Ach, das ist die, das war doch die böse Verwandtschaft von dir, ne? Nein, das sind die, die da rumgelegen haben und nichts getan haben. Ach so, wer war denn die böse Verwandtschaft, die amerikanischen Mammuts? Jep. Ach so. Hauptsache, wie wir hier leicht ins Politische reinrutschen. Hä? So. Ja, da hatten wir gestern auch ein schönes Thema zu. Also gestern, ja, letztes, letztes Wochenende. Letztes Monat. Beim letzten Livestream. Verstehe. Gestern, gleich, letztes Wochenende. Ja, wir müssen doch immer so schauen, Mammut. Du weißt das doch. Zeitverschiebung und so. Weißt du, wenn die die Leute, die hier die Folge sehen, dann ist ja für die schon... Dann bist du immer noch doof, richtig. Dann bin ich ja immer schon einen Schritt voraus, weißt du, in der Zukunft und so. Was soll ich mit den Scheißdiamanten? Keine Ahnung, wer braucht sie schon. Das ist Pixelmon, nicht Minecraft. Das ist Pixelmon. USS Pixelmon. Gib ihm Eisen, dann sind wir zufrieden. Gib ihm Eisen, dann geht er auf Reisen. Ja, dann kann er auch andere bescheißen. Haha. Okay, ich dachte, mein Wort ist versteckt, weil dann kann man doch nicht so. Hallo, du weißt doch, ich muss immer noch einen draufsetzen. Du kennst mich doch. Ja, du musst immer noch beschissen sein, letztlich. Ich gebe immer noch tiefer. Ja, aber der, 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 auch noch mal, es geht immer noch tiefer. Ähm, ähm, ja, das stimmt. Das möchte ich jetzt mal nicht bestreiten. Ich glaube, er ist eher schockiert, nicht fasziniert. Ja, ich glaube, er ist eher schockiert, nicht fasziniert. Sie hat auch vorhin gesagt, es ist immer lustig. Ja. Oh, man ist es. Achtung, Achtung. Ich glaube, er hat sich jetzt wieder mit einem Mistniveau, die haben sinken, dass die nicht mehr sinken kann. Ich habe keinen Spaß mehr. Ja, wollte ich eigentlich. Dann ist dir eingefallen, Mist, ne? Er hat keinen erreicht. Ja, ist, ich konnte ja auch keinen erreichen, hat ja keiner abgenommen. Haha. Klappt. Boah, mit euch aufnehmen, ne? Ist immer so eine, so eine Katastrophe. Das ist immer so. Ja, du bist scheiße. Nee, mit euch macht das einfach, weiß ich nicht. Das ist irgendwie komisch. Willst du damit sagen, du liebst uns? Willst du dich outen? Don't do it. Ich oute mich nicht. Ich oute mich nicht. Ich stehe auf Frauen und nicht auf Mammuts. Ich stehe nicht auf Frauen. Dann wäre es doch so viel. Na, also ich mag Frauen, definitiv. Mehr als Männer, aber ich stehe nicht drauf. Also, es tut ihm weh, wenn ich auf Frauen draufstehe. Ja, das stimmt schon, Mammut. Da gebe ich dir schon so weit recht. Ja, also ich bin schon eher frauenorientiert. So bin ich auch. Nicht nur eher, sondern definitiv. Deswegen sage ich ja, ich stehe nicht auf Mammuts. Ich stehe im Umgang, in der Umgangssprache nicht wortwörtlich. Sexy weibliche Vampire. Vampire, die du sie mir kennen. Oh yeah. Ich sag ja, wenn es da draußen einen Therapeuten gibt, der diese Bilder aus meinem Kopf kriegt, ne? Und so. Sag ich ja immer wieder in jeder Aufnahme. Wenn es da draußen einen Therapeuten gibt, der mich dazu bringen kann, dass ich Menschen immer... Und dann aber Geld verdienen. Aber hör mal, Mammut, du hättest gerade... Du warst ja gerade mit mir in einem TS. Du kennst jetzt Miyamil, ne? Mit dem könnte sie dich zusammenschließen. Der mag auch keine Menschen. Ach so. Dann seid ihr schon mal zwei. Und hasst euch gegenseitig, oder so. Boah, das ist ja cool. Wieso? Mammut ist ja ein Mammut. Aber ein Mensch. Jemand mag mich. Yes. Woo. Okay, der hat er noch nicht gesagt. Aber jemand könnte mich merken. Möhm. 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 Ja, man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen, ne? Ich schmeck dich. Der schmeckt dir. Das met mir. Das met mir. Wo war... Ach, das war doch diese Werbung mit dem... Ja, mit dem komischen Lieberwussaufstrich da. Mh, das met mir. Boah, ich hätte in der Werbung so reinschlagen können. Jedes Mal. Ja. Jedes verdammte Mal. Das met mir. Halt die Fresse. Jetzt sag's schmeck. Ja. Wui. Sprich gescheit, Junge. Junge. Junge, Junge. Junge, wohin mit deinem Leben? Sirene. Hoi, dann sind die amanten. Yermonten. Diamanten. Dramanten. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Da hinten sind die ihr, ist es dann, wenn man bringt. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Apokalypsen-Man. Nee, das ist ja schon hier, wie hieß er? Galaktron? Gal, Gal, Gal... Ach, wie hieß er denn nochmal? Aus dem Marvel-Universum. Aus dem Marvel-Universum. Da gab's einen, der so irgendwas mit Galaktik... Galaktik-Tron. Irgendwie so. Und der, der ist so einer. Mammut, der ist so einer, der so Tod und Zerstörung, ja. Warte, ich... Ja, ich glaub, der ist so. Ich weiß, ich soll auch nicht im Original-Name. Was ich guck grad mal, oder? Galaktik? Ich fühl's simple. Ich guck, ich guck grad mal, Warte. Mach ja, ich schwarzvolle. Oh, ich will mich heiraten. Mann, Mut, sie sind 13. Ach so, ich schaue ich da nicht. Du machst sie strafbar. Warte, ich will die, wenn ich Schwarzpulbe hat. Schwarzpulbe über alles. Du erinnert mich an dieses eine Nine-Card.